so ok dann auf uns getümmeln wir wissen ja was auf uns drauf zukommt eine map voller eine was genau rachel rachel kommt auf uns drauf zu rachel so nein das wollte ich nicht das dann vorallt ab dieser map kommt euch einfach mal die folgen an die runter geht übrigens war diese map bekannt dafür dass wir unter brusel doom ein absoluter killer war also jetzt nicht im sinne von spielkiller oder sowas sondern rechnerkiller weil man sieht ja hier die ganzen flammen und es gibt teile in der web die sind noch viel krasser so trumpfenweise so eine fässer hingestellt und unter guter doom erzeugt jede von diesen fässern rauch und wie alle wissen verbraucht rauch relativ viel leistung wohl auch aus vielen kleinen texturen besteht die übereinander alpha gemappt werden und das halt extrem oft und naja damit hat hat dieses level praktisch quasi hier ein rechner egal wie high end der war komplett zum anliegen gemacht das ist wohl jetzt hier gefixt habe ich selber noch nicht probiert er hat sich gleich tot bewandt ach nee da ist er war das eigentlich schaden oh ja macht schaden ich glaube das level werde ich komplett mit der kettengegel durch machen und ganz oft speichern weil original kommt man hier einfach nicht durch in diesem level höchstens habe ich das bisher noch nicht geschafft keine ahnung vielleicht mit der rechnung zu dumm dafür also zu schlecht im sinne von äh ja genau das meine ich wow das wollte ich nicht nein 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 oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott wie ist er hier Alter Gah! Are you kidding me? Ja. Ah, nee! Achso! Diese Spinnen! Die spinnen doch wohl. Das ganze Feuer, was hier drum herum war. Und das hat halt einfach jeden Rechner komplett gekillt. Da war einfach Feierabend. In dem Gelände. Okay, ich brauche irgendeine gute Plast... Ich habe gar keine Plastnerwaffen. Hä? Doch, einer hier. Wow, 119 Munition, das ist... Mal gucken. Oh ja, es geht. Ich muss mal sehr sparsam einsetzen, aber es geht. Mal gucken. Minigun habe ich noch nicht. Die hier kann mir helfen. Äh, nein. Okay. So, die ist auf der 4. Vielleicht als erste, wenn ich die 4 anklicke. Und die andere ist die 6. Okay. Habe ich noch nicht? Ja gut, okay. Die ist aber... Die ist ja gefährlich. Weil es durchaus Gegnern in sehr nahe an mir rankommen können. Gut, dann mache ich also erstmal die Plastnerwaffe leer. Und nehme dann die hier mit den Mini-Bingern. Gut. So machen wir das. Also die auswählen. Rumschalten auf Mikro. Dann auf die 6. Ne, einfach wegzweipern. Bahnen. Wow. Hä? Wieso kann ich mir das Ding nicht holen? Hä? Alter, was war das denn jetzt gerade? Ich konnte mir das ganze Scheiß-Item nicht holen. Willst du mich ficken? Geht doch. Sag mal, das ist doch... Leck mich. Ganz ehrlich, Alter. Leck mich. Danke dafür. Ich hab den Kopf ausgeschafft. Ha! Gut. Da sieht der. Hier. Ach du Scheiße. Alter. Wo ist denn jetzt alles? Hä? Was ist das hier? Oh! Ist das geil! Okay. Also ihr habt gerade gesehen, als ich das grüne Ding aufgesammelt habe, ist Livs nach oben gegangen um eins. Das heißt also, diese Leben sind praktisch extra Leben, die man hat. Also wenn man praktisch sterben würde, wird man einfach auf 100% zurückgesetzt und diese Zahl wird runter gezählt um eins. Ist das nice! Da. Das Ding. Muss ich bemerken. Aua. Ich denke, hier tut ganz schön weh. Kann das sein? Was hast du? Was war das? Die letzten gelaufen. Zumachen wir eine... Äh... Das brauch immer Leben. Nein. Aber auch nicht. Vielleicht das. Eigentlich brauch ich keine... Was brauch ich denn eigentlich? Waaa! Wie der Scheiß quer, das funktioniert nicht. Mack. Ich dachte, das brauch ich. Daaaas! Was? Stürpfalz! Wow! Okay, ich kann das mal wieder durchlesen. Äh, Junge! Wer denn Platz? Ja, Stürpfalz! Alter, komm her! Ja, komm jetzt! Ey, ich fick den Oma ins Kummer! Danke dafür! Danke! Danke! So, sind wir jetzt voll! So, sind wir vielleicht die Gegner? Ja, da oben! Oh, der Leckogio! Komm her! Noch mehr? Ja! Schotze! Das ist eine Rüstung! Ja, und wie gesagt, jede dieser Flammes sind geschätzt, ja weiß ich nicht, ein paar hundert, mehr als hundert, mehr als hundert, viel mehr als hundert. Und jeder davon hat halt immer ein bisschen Raucherzeug. Seid also Pro, waren geschätzt acht Texturen. Er muss also einfach mal auf diesem Map, also auf diesem Raum, 800 mm Texturen darstellen und das auch noch mittels Alpha-Blending. Und ist natürlich klar, das zerfickt einfach jeden Rechner. Komplett! Danke! Eigentlich kann ich viel sprengen. Weil ich schätze, mal der Boden würde man so ganz schön Power machen. Da ist noch Munition, die ich grad nicht brauche. Ähm... Da hinten war noch mal Leben. Ja. Mit mir. Okay. Oh oh! Das sieht schon geil aus. Ich mag sowieso diesen doppelten Boden, habe ich ja schon bei Hunter gesagt gehabt. Weil da war es ja auch so, dass man praktisch einen Boden hat und unter dem, also das war praktisch so ein Gitterboden. Und darunter war dann der eigentliche Boden und das wirkt halt ultra geil. Ich weiß nicht warum. Aber ist es halt so. Äh... Äh... So. Das ist grad schon Backpack. Oh nein! Das ist eine spinne! Äh... Da hin! Ich lach dich kacke! Wieso kriege ich da Schaden? Ich lach dich. Ich lach dich. Ich lach dich. Kann mich ja durch erwischen, ne? Ich lach dich nicht mehr. Okay. Oh ho 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 ho. Alter ey ey. So ist es halt nicht wie so ein Opfer vor... Was einfach vor so einer Minigun wegrennen? Alter, darf der überhaupt überhaupt keine Chance? Äh... Alter, nice. Ha ha. Ha ha. Boah. Geschafft. Eine Spinne. Ordnungsgemäß mit einer... Kettensäge zerlegt. So. Jetzt noch mal gucken. Habe ich da drauf echt Schaden bekommen oder war das durch Gegner? Ja, ich kriege drauf echt Schaden. Gieß doch gar nicht. Aber super. Das heißt also... Ich bin hier weg. Boah. Alter. Renn. Geht doch. Klamme. Ah, ich bin hier weg. Boah, Alter. Ist das behindert? Ihr müsst praktisch wissen, diese Kettensäge, wenn die einen zersägt, dann zieht sie einen immer zu dem Gegner hin. Das heißt also, ich werde praktisch, wenn ich hier Gegner, mir und Gegner habe und mich praktisch von einem zum anderen durchsäge. Vielleicht fragt euch immer weiter in die Richtung gezogen und dann natürlich hier vor den kleinen attackiert. Das ist schon etwas, das muss man... Naja. Berücksichtigen. Was? Wo? Hä? Fuck. Ich muss hier raus. Weiter. Ein Fuck. Äh. Ein Fuck. Ein Fuck. Ein Fuck. Ein Fuck. Kann ich mich bauen? Nein! Deine. Einn. Ein Fuck. Die Kleine. Ähm. Die Kleine. Gebt mir mein Leben zurück, ihr Arschlösser. Für hinterhält dich verdassend gerade, hallo? Ich will darauf. Danke. Mir ist nichts. Okay. Noch eine Waffe. Hätte ich früher mal gebrauchen können, Arschgeburt. Hier blinkt doch sowas. Achso, das ist ja draußen. Sag das doch einer. Ah. Ah. Brauche ich das nicht? Ich höre. Ein Moment. Na komm. So, ich habe den blauen Schlüssel. Aua. Ich renne noch genau rein. Meine Fresse. Wie dumm kann er mit mir nicht sein. Aua. Ähm. Der stirbt halt. Meine Güte. Ich kann mich raus. Hilfe. Hilfe. Ich will nicht mehr. Ich bin weg. Auf. Feier. Geht du. Habt keinen Bock mehr. Warte alle, was ihr wollt. Arschlösser. Ich bin weg. Oh. Monessian. Keine Sequels. Gibt's doch gar nicht. Das ist so unfair. Ah. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Kann man hier weiter? Auf. Nicht. Ob man denn hier weiter. Ha. Ah. Erste nicht. Wow. Achso. Hier kann man wieder runter. Ne. Woh. Alter. Schreck mich doch nicht so. Junge. Wo ist denn da? Wobei hier. Halt. Hier war noch eine Tür. Wo waren die jetzt? Hier nicht? Ach da. Braucht man aber was Gelbes für. Also. Nicht etwas Gelbes. Ich glaube jetzt. Sondern. Man braucht. Das Gelbe vom Ei. Sozusagen. Nein. Ein Kusser. Na ja. Keine Weis mehr. Dass wir mal in ihrem Kopf gegen jemanden schlagen müssen. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Na ja. Das wird immer wieder schön. Oh mein Gott. Wow. Oh mein goodness Was machen wir hier? Ihr seid doch komplett verrückt geworden Na komm Einzelabfertigung Bam 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 Simplast Aha Wow Manikete Oh Ah Ein paar üble Gegner Ein paar übles Heldgenossen Die gefallen kannst du gar nicht Kommt da her Boah alter Digga Er war schon quasi am Sein getan haben Oh 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 Ich Fick dich in den Arsch Oh Oh Wow Oh Oh W cock Fick doch die Wand an! Meine Fresse! Also doch wieder Käffensäge! Sag ich doch! Mir glaubt ja immer keiner! Alle herkommen und den Reibend-Beat aufstellen! Hau die fuck! Zuck doch alle! Hau die fuck! Wie viele sind denn das? Ey, das sind ausreichend, okay? Aber nein, man muss ja immer recht übertreiben! Na komm mal her! Die da rum triffst du eh nicht! Versuch's nicht! So, habt ihr mal geholfen! Wo bist du jetzt so? Ich tot? Arschloch! Ich wollte dich töten! Arschloch! So! So! Hätten wir doch nicht gern! Oh nein! Nein, nein! Geh raus! Alter! Ja! Ich hab gesagt, geh raus! Und wo bin ich jetzt wieder? Achso, ich bin reingegangen! Na gut! Das war so jetzt nicht geplant! Ich wollte eigentlich da lang! Da lang! Aber gut! Wir lassen was dabei! Gehen wir doch erstmal rein! Äh, hier kann man nicht rein? Hä? Ähm! Komm mal hier? Muss man hier? Hä? Ne! Ach, leck mich! Komm mal her, die Leute! Stirb! Ist er tot? Er ist tot! Ich hab's geschafft! Ja! Ja! Holy moly, Alter! Manche frage ich mich aber echt, wer das so lange weiter hat! So! Okay! Mehr ist hier nicht! Okay! Okay! Und wo muss ich jetzt hin? Jetzt hab ich alle drei! Also muss ich jetzt irgendwo hin, wo ist gelb! Achso! Ja eh! Gelb war's ja! Und da! Und da! Und da! Uah! Stürb halt! Stürb halt! Stürb halt! Uah! Jetzt reißt wir ja lange an die, Stürb halt! Meine Voller! Ist das nicht? Ist das auch nicht? War ich hier nicht schon? Ne, da war ich noch nicht! Eigentlich doch, da war ich schon! Gott! So ne verwinkelte Räume hier! Och, ne Facke! Och nein! Ich bin wieder der! Hilfe! Ich will nicht mehr! Ah! Er muss dich hinsetzen hier! Jo! Komm her! Kommst du! Kommst du! Kommst du! Kommst du! Geronimo! Puh! Mannschaft! Hallo! Och nee! Die Säuretypen sind schwerer zu bekämpfen, weil die diese scheiß Säure hinterlassen! Ich will die Idioten, die! Ich kann höchstens mal... Oha! Das war zu spät, das war dumm! Das war scheiße! Leck mir am Arsch! Wieso hat der jetzt nicht mit Säure angegriffen? Ist der dumm? Na gut, umso besser für mich! So, was ich eigentlich machen wollte, ist die da rausholen! Wie ging denn das? Wofür kann man das Ding hier öffnen? Ich weiß aber nicht wie! Da kommen Gegner raus! Ah! Okay! So geht's! Scheiße! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hä? Ist da mehrere? Hat das auch noch einer? Na los! Oh fuck! Alter, da kommt doch so eine Idee! So! Okay! Ja, hier will ich jetzt etwas speichern, sonst ist es für mich der Ort, wo ich am meisten bestorben bin! Am häufigsten! Da! Ich habe keine Ahnung, die ich da vorankommen soll, aber... Ich werde einfach hier... Aua! Fällt mir da gut an! Ich werde sowas von sterben! Wobei ich zugeben muss, mit Doom for Doom habe ich das noch nicht gespielt, sondern immer eher mit... Mit Brudelgoop! Mit Brudelgoop! Bzw. Mit Project Brutality! Allerdings bin ich mit Project Brutality immer noch mehr gestorben, da kam ich hier erst gar nicht hin! Später mit Project Brutality kam ich dann immer... Äh... Mit Brudelgoop kam ich dann zumindest immer bis hier! Von daher! Kommt alle her! Hallo! Hallo? 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 Ja... Oh Alter! Ich... Ich renne mir immer genau rein! Ich werde bestimmt in 50% aller Fälle einfach direct an mir vorbeischießen, aber ich... Vollidiot! Renn mal genau rein! Hilfe! Ich bin tot! I'm fucked! Gut, aber ich weiß, wir müssen das durchsetzen. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich hab's noch gar nicht gespeichert gehabt. Boah, Alter, was ist denn hier los? Boah, hier wird scharf geschossen, oder vielmehr grob geschossen. Haha. Fuck. Da ist eine Spinne mit dabei. Leute, heißt nicht einer? Boah, Alter, das ist doch nicht mehr normal, ja. Boah, Alter. Wo denn, Alter, ich sehe doch die ganzen Leichen hier gar nichts. Jawoll. Boah, Alter. Boah, Alter, ich will leben. Lass Ronny leben. War das gut? Ich weiß nicht. Fuck. Bamm. Wo ist jetzt die Spinne? Da. Oh Gott. Sorry, aber... Hä? Alter, wird das denn hier los? Okay, also doch nicht. Tschüss. Schaut das mal an. Schaut das da an. Aber ich kann's nicht bekommen. Ich kann's nicht bekommen. Ich kann's nicht. Arschlöcher. Oh Gott. Nice. Das kippelt ja. Äh, ja. Ach, komm daher. Das war hier. Achso. Schluss, ein bisschen Kacke. Ausgewärmte. Na, Kacke. Oder so. Da geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's jetzt weiter. Nee, von hier kam ich. Woa. Das ist wahrscheinlich so kaputt. Ja. was er zeigt mir aber das schon wieder so ein ding und ich kann es jetzt wieder nicht aufheben Faktische ich rette dich! Leute! Geht doch! Hä, geht nicht hier fest oder was? Was war das denn gerade? Jetzt habe ich mir das in der Textur festgehangen oder sowas. Also, äh, habe das in der Textur festgehangen. Aber ich habe zumindest damit einige Leute umbringen können. Leute sagen ich schon. Einige von diesen vier. So, okay. Also, mit den Lifts tut mir echt leid, würde ich gerade sagen. Finde ich echt scheiße. Dora anlockt. Wow! Was für eine Dora? Meinen Sie Fedora? Äh... So, Tür. Irgendwo Tür ist jetzt... Ja, anlockt! Nicht abgeschlossen oder offen? Nein! Ach, Mann, Alter! Ich füge deine Oma! Du! Gott! Danke dafür! Ach, die! Oder war die Fusszoll offen? Oh! 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 Ich füge das hier! Wir füllen noch einen! Ich höre hier noch jemanden! Wow! Ich habe mindestens noch einen Pink-Gehörschirm. Ja, und die sehen ihn auch. Die Frage ist nur, ist das Wasser der Flamme selbst alles? Also, uns fehlt noch ein Secret, dass da haben wir die da oben. Hä? Das haben wir, das haben wir auch, die beiden haben wir. Oder? Schau mal, da ist der Straßpunkt, genau. Das war das, wo wir die Rüstung da drin hatten, also hier dieser fliegelten Anzug. Da war ganz am Anfang, wo ich mich versteckt hatte. Dann sind wir hinten lang, da war auch wieder dieses ABC-Süd. Und hier war der Raum, die sich geöffnet hat. Mischen wir alle drei. Ich gehe einfach nochmal alle vier Dinger ab. Äh, wo ihr? Da lang. Genauso wie auch noch nicht alle Monster tot sind. Da fehlen uns wohl auch noch ein paar. Ich weiß nicht, kann ich den was gehen? Ne? Ja, den rumhauen wir mal. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Den haben wir... Ah! Wow! Gut, und dann wird zumindest alles zieht. Jetzt muss man doch gucken, wo so ein Monster ist. Ich bin verwirrt. 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 Jetzt sind aber noch ein Monster. Ich bin verwirrt. Das ist doch nervig. Jetzt habe ich die gesamte Web nach einem Monster absuchen. Na gut. Wie gesagt, andererseits ist es ja halt auch so, dass ich mittlerweile... Achso, eben so. Darüber können wir gar nicht mehr rein. Doch hinten. Gut, dann hole ich nochmal das Ding hier. Dann gehen wir da mal rein. Und gehen wir nochmal alles durch. Da war da echt noch ein Fisch, das wir nicht aktiviert haben. Ist ja ein großer. Na gut. Was mich persönlich viel mehr interessiert ist, ihr wollt doch nur uns um eine Rüstung, oder nicht? Na, geht lang. Na egal. So. Gut. The enemy have the overwarned every level of the UAC installation using the DEON Ach so, using our own teleportation technology to enter our base. Lefs, Evie, our secrets, äh, wala-wala-wum-bum-bum-bum. Ex-k-a-va-ta-i-on-sen. E-k-a-v-ra-b-n. Was heißt das? Egal, ähm, blablablabla. Keine Ahnung. Egal, wie ich das heißt. This is Coordinated Assault from an unknown number of dark alternate universes. The Internet... Inter... Alter, wer findet so ne Schriftart? Das kann keine so lesen. Ist das jetzt nicht? Ist das hier ein O oder ein G? Das ist doch dumm. Wer macht denn so was? Ich kann die Kinder doch lesen. Ja, Feierabend. So, gut. Das war es definitiv für heute. Erstmal mit Dark Encounter. Als nächstes werde ich dann höchstwahrscheinlich wieder... Nein. Ja, hier dieses 2002... Genau das hier spielen. Gleich. Bald. Irgendwann mal. Von daher. Ciao mit V.